Frenkel frotzelt. Heute. Let's Play. Happy Wheels. Der Unfall-Simulator. Tag ihr Nasenbären, herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Happy Wheels. Und wie soll ich es formulieren? Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Also ich habe jetzt gerade mal wieder drei mickrige Levels bekommen von euch, speziell für mich gebaut. Und die spielen wir jetzt. Die sind von meinen Testern alle geprüft, ob sie zugelassen werden. Und zwar, damit mir da nicht wieder einer irgendwas unterjubelt, was viel zu schwierig ist oder gar nicht schaffbar. Ja, der dritte Level, da ist ein bisschen geteilte Meinungen an meiner drei Tester. Einer meint, der wäre zu schwierig, aber die anderen haben es... Also ich sage mal so, wir haben ja eh keine große Wahl, deswegen probiere ich das jetzt alles mal aus, alle drei. Harald ist Boss. An dich, Harald, schaffst du es. Schaffst du es, ja. Das, wie war das? Das tausendste Schaf hieß Harald und das war 100 Jahre alt oder so ähnlich. Ähm, ja, wir nehmen wie immer den alten Sack. Der passt am besten zu mir. Hallo Harald, ich hoffe dir gefällt meine Map. Äh, meine Map. MFG Gaming Future 196. Na komm, das schaffen wir doch. Das kriegen wir hin. Also, auf geht's. Was ist das denn hier? Okay. Da lag... Uah! Frenkel. Scheiße. Das ist die einzige Gefahr hier und ich fall da gleich rein. Ähm, nein. Ich wollte es nur spannend gestalten. So. Ähm. Umdrehen wieder. Was soll die Kuh wieder oben bewirken? Hä? Mich hypnotisieren oder was? Also ich meine, töten kannst du mich ja nicht gerade. Ist ja ein bisschen weit weg. So. Äh, komm. Hoch. Hä? Was ist jetzt los? Dann kommt der noch nicht hoch. Na, also. Ja! Äh, was? W-w-w-wat? W-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w Wie heißt's? Levelmangel. Ja, das ist doch mal eine schöne Bezeichnung für einen Level. Mal gucken, ob wir ihn auf die Schnelle finden. Da ist er ja schon. Fonuchschokolade. Der macht öfter Levels, ja. Ihr müsst mir neue Levels schicken, ja, sonst wird das nichts mehr auf Dauer. Genau, ich mach dir einen Level. Es ist ein Mix mit Verarsche. Gut, was immer das auch bedeuten mag. Ja, ihr müsst mir das natürlich mitteilen, wenn ihr ein Level für mich gemacht habt, damit wir die testen können, meine drei Tester. Und ihr schickt mir am besten den direkten Link. So. Ein Level nur für dich, wie schön. Okay, das hier ist ein Bottle Run. Das ist ja ein bisschen schwachsinnig, weil man kann ja auch drüber fliegen. Haben wir ja gesehen. Der Kater miaut schon wieder. Oh, kacke. Ja, ich hab gerade nach dem Kater geguckt. Also, falls es miaut, dann ist unser Kater, der mich gerade wieder boykottiert beim Aufruf. So, und hier noch drüber. So. Okay, ähm, das war plötzlich zu schnell. Da muss ich natürlich richtig drüber fliegen, ist doch klar. Kann ich da überhaupt so ein paar umbauen? Oh, die Mine. Ich hab's schon wieder vergessen gehabt. Und, ah, wäre beider wieder reingefallen. Ah doch, es geht doch, ne? Weil, ähm, ja, ein bisschen vorsichtiger, Herr Frenkel. Nicht alle Levels. Es sind zu einfach. Okay, ähm, da fliegen wir jetzt einfach mal drüber, ne? Sag ich mal. So, das müsste es gewesen sein. Nein! Scheiße, war doch kurz. Verdammt! Komm, wir fliegen einfach komplett verfolgen, sind durch. La, 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 la. Nein! Fast hätte ich's geschafft. Ja, man kann das natürlich vielleicht nur, ah, mit ein bisschen mehr Konzentration angehen, Herr Frenkel, ne? Aber das wäre ja zu, zu einfach, das wäre ja zu... LANGWEILIG! Komm, drüber. Jetzt, das war gut, da sind wir schön abgehoben. Und wir sind drüber, oder? Das reicht. Stopp, runter, stopp! Halt! Zu weit! Kacke! Ja, okay, also da bin ich zu weit geflogen diesmal. Habt ihr ja wahrscheinlich auch gemerkt. Und das schaffen wir doch jetzt. Zack, jawohl. Das müssen wir als Sprungbrett nutzen. Hier durchfliegen. Scheiße. Das ist Glückssache für mich jetzt hier. Aber ich hab keinen Bock hier, ich... Ähm... Ja, das ist viel Konzentration. Komm, das schaffen wir doch noch mit Glücks hier. Da müssen wir uns nicht so konzentrieren, ne? Ähm... Ähm... Komm! Alter Mann! Flieg! Ja, Mann. Warum muss denn eigentlich die Kugel in dem Moment immer runterkommen, wenn ich da unten vorbeifliege? Okay, ich versuch's doch nochmal mit ein bisschen mehr Konzentration. Jetzt brauch ich für den Level ja zwei Stunden und das wäre ein bisschen peinlich. Und die Level-Tester haben gesagt, der wäre ganz gut zu schaffen. Und sei gar nicht so schwierig. Stopp. Also, komm. Konzentration, ey. Calzone. Äh! Äh! So, das hab ich absichtlich gemacht, weil, ähm... Die Beine, die sind ja nur Ballast, ja? Die brauch ich ja gar nicht. Die funktionieren ja gar nicht. Ich bin ja... Ein Rollstuhlfahrer. So, jetzt aber komm, das muss reichen. Bin schon wieder runtergefallen. Ach, komm! Das ist wahrscheinlich am Schluss nur noch, äh... Zwei... Uah! Zwei Millimeter Level, damit man da auch immer schön runterfällt. Das ist wahrscheinlich Absicht. Von Eau-Schokolade. Den miesen kleinen Spritzer. Oh, scheiße. Kling, 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 kling. Äh, äh, ähm. Ja. So, jetzt komm. Nochmal. Mit, äh... Konzentrationen. Stopp. Die sind, äh... Asynchron, die Kugeln. Das ist der Trick an der Geschichte, ne? Unten durch passe ich nicht. Obenrum kann ich anscheinend auch nicht fliegen. Ähm, so geht's auch nicht. Ähm. Das ist gar nicht mal so dumm gemacht hier, ne? Oh, jetzt sind sie synchron. Das nützt mir aber nix, wenn ich trotzdem wieder dagegen knalle, ne? Komm. Komm! Jetzt aber. Los, komm. Alter Mann. Rumpel, rumpel. Ja, komm. Weiter, weiter. Scheiße. Jetzt hätte ich's fast geschafft hier. Dreck aus der Misthülle. Ja, mein Gott. Ich, äh, hab ja nur drei Levels. Ja, ich muss ein bisschen Spaß haben damit. Oh! Scheiße. Ich muss ein bisschen Spaß haben damit umgehen, ne? Ich müsste hier ein bisschen länger ziehen. Sonst, äh, wird das ja kein... Ja, sehr gut. Komm. Gleich mal als Sprunghilfe. Ähm. Gebraucht, äh... Ah, komm, ey! Frenkel, stell dich mal ein bisschen an hier. Pfff. Bam! Matsche. Matsche, Matsche. Oh, nein, 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 nein! Ah, ha, 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 ha. Ich lebe noch. So, okay, also nochmal. Das sieht irgendwie gar nicht aus, als ob der blutet, sondern als ob der kotzt irgendwie. Ach nee, doch jetzt sieht man's aus dem Arm. Keine Arme, keine Beine. Keine Kugeln. Komm, jetzt. Aber das muss reichen. Das gibt's nicht, ne? Ich bin wieder... Ah, jetzt! Ach, komm! Jetzt dachte ich, ich wär schon wieder drüber. Ha, 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 ja. Er leckt mich doch am Arsch, ey. Komm, wir machen das jetzt mal mit Anlauf und Schmackes hier so. Ja, tolle Wurst. Frenkel. Jetzt muss ich mal gucken, was haben denn meine Level-Tester gesagt? Wartet mal, muss ich jetzt mal kurz, äh, schauen. Ähm, Skill-Level 4 von 10, Skill-Level 5, Skill-Level 5, nee, 7. Moment. Was schreibt hier der, der Michael? Der hat geschrieben, Skill-Level 7. Okay. Äh, also das ist angeblich total einfach und ich bin ein Idiot. Deswegen, äh, schaff ich das nicht. Oh, komm. Bin heute nicht so gut drauf, ne? Merkt ihr schon. Manchmal mache ich 3 Levels in 10 Sekunden. Ha, ha, ha. So, also komm, jetzt nochmal drüber. Genau zwischen rein, Herr Frenkel. Das ist, äh, taktisch unklug. Komm. Drüber. Stopp. Ja. Aua, jetzt hat's mich wieder gehauen. Jetzt komm, drüber einfach. Das geht doch. Ja, hervorragend. Nein! Ah, ha, 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 scheiße. Das sah gut aus gerade, aber ich hab's dann doch wieder verbockt. So, auch nochmal drüber. Super. Anhalten. Düse hochstellen. Locker flockig zwischendurch fliegen. Ha, 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 ha. Ja. Ich weiß nicht, irgendwas, äh, irgendwas stimmt hier nicht. Der Level ist kaputt, glaube ich. Der ist, äh, das ist, äh, irgendwie nicht in Ordnung. Wahrscheinlich ist es doch Skill Level 10 und meine Level-Tester haben sich entschieden, mal mich kollektiv zu verarschen. Es ist heute nicht der 1. April, ne? Der ist schon durch. Ja, das war auch wieder ganz glorreich beschissen. Jetzt komm! Das kann doch nicht wahr sein hier! So, einfach da! Aua! Das ist eigentlich... Kann ich vielleicht einfach... Moment, kann ich vielleicht noch was anders ausprobieren? Vielleicht kann ich ja sogar durchfahren? Oder werde ich immer aufgespießt? Moment, das muss ich jetzt mal ausprobieren. Das ist so eine ganz, ganz... komische Furze, die ich gerade hab. Durchfahren kann man nicht, ne? Mal ausprobieren, komm. Ja, aber ich leb ja noch, ne? Ja, jetzt nimmer. Okay, also man kann nicht durchfahren. Alles klar! Wäre ja auch zu schön gewesen. So, das mal wieder jetzt... Ja, alles klar, hey! Fick doch die scheiß Waldfee! Mann! Das ist eine gute Idee, das mach ich jetzt so. Komm, einfach so geradeaus durch. Irgendwann klappt's schon. Ja, das ist dann einfach Glückssache, aber ist egal. Komm, das so gehen wir sind. Ich muss nur ein bisschen hüpfen hier. Ja, damit ich eine gewisse Höhe bekomme. So nicht, so nicht, so nicht! Ich hätte das die ganze Zeit so machen sollen, dann hätte ich's durch Glück wahrscheinlich. Okay, da war eine Mine übrigens. Die hab ich vorher noch nicht gesehen, deswegen kann man da schon mal reinfahren aus Versehen. Ich sag's euch, ich krieg das schon noch so hin. Ich hab noch ein bisschen Zeit. Wir haben noch vier Minuten. Ach, komm! Das war so gut wie geschafft! Ja, wieder mal auf die Mine gefallen. Die war vorher noch nicht da, ne? Der hat da erst jetzt zwischendurch eingebaut. Ja, ist gut. Ach, Kopf ab, scheißdreck. Komm jetzt. Ich hab keinen Bock mehr hier! Ich hab keinen Bock mehr! Ja, jetzt da drüber und... Oh, nein! Nein. Man muss da mit Schwung. Man muss mit Schwung und man muss hier so einen Linkster-Boomster zum Absprung benutzen. Und jetzt so nicht. Man muss das hier wirklich hier... Damit man ein bisschen höher fliegt. Also, so nicht. So wird das nix erfährt. So wird das nix. Ah, jetzt! Jawohl! Ja, das wird ein bisschen zu früh wieder abgehen. Sunken. Bam! Jawohl! Und jetzt, zack! Und, äh... Tot. Jetzt, komm, jetzt! Ja! So wird das nix. Ich brauch mehr Schwung. Ach, leck mich doch! Ich will das jetzt endlich hinter mich bringen hier. Das ist langweilig. Langweilig! Manchmal bin ich auch ein bisschen müde. Ja, das hat er wieder gebremst an der Stelle. Komm, wir probieren es nochmal so. Mann, ey! Die hauen mich! Hä? Das wäre beinah schiefgegangen. Mein lieber Herr Geschlechtsverkehr. Moment, ich muss... Erst nochmal hier drüber. So. Komm, jetzt! Ja, ja! So, wunderbar! Das war alles Absicht. So, hoffentlich kommt jetzt keine schwierige Stelle mehr. Das müsste eigentlich geschafft sein, oder? Könnt ihr das lesen? Ja! Oh, Schokolade! Ich will dich töten! Ja! Hat er die vielleicht am 1. April erstellt? Wartet mal. Ach so, ein Mix mit Verarsche. Da stand es ja sogar. Ich blöd, Mann. 5. April! Das gilt nicht mehr als April-Scherz. Du Penner, du! Na gut, okay. Er hat mich ein bisschen verarscht. Ist ihm geglückt. Okay. Lassen wir durchgehen. So, wir haben noch einen Level, und zwar... Happy Wheels Harald heißt der. Da suche ich aber mal nur nach Harald. Okay, das fängt jetzt aber alles hier... Ne, so finden wir das nicht. So finden wir das nicht. Schauen wir mal. Happy Wheels. Ach, mehr kann ich gar nicht eintippen. Scheiße. Happy Wheels Harald. Mal schauen. Das könnte ein bisschen dauern, ne? Wie finde ich denn den? Den muss ich jetzt über den Direktlink aufrufen. Da ist er ja! So. Hi, Harry! Ich hatte mal Lust, dir ein Level zu bauen. Das hier ist das Ergebnis. Der Level ist eher kurz und leicht bis mittelschwer. Also, wir schaffen das nicht mehr in dieser Folge. Deswegen beenden wir jetzt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ja, ich war heute nicht so gut drauf, ja. Schickt mir neue Levels. Ganz wichtig. Und in der nächsten Folge mache ich dann den hier. Und der ist laut eines meiner Tester ziemlich schwierig. Eines meiner Tester. Laut einem meiner Tester. Und das könnte spannend werden, ne? Also, danke fürs Zuschauen, sage ich. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da. Ciao, ciao!